Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen an Bord des TUI Fly Fluges 1720 von Dubai nach Hannover. Sie fliegen heute mit einer Boeing 737-800. Unsere voraussichtliche Flugzeit wird heute etwa 6 Stunden und 20 Minuten betragen. Das Wetter am Ankunftsort in Hannover wird morgen früh, schätzungsweise vom Wetterdienst, als sonnig beschrieben bei bis zu 5 Grad. Ich hoffe, dass Sie einen angenehmen Aufenthalt an Bord haben werden. Ich werde mich nochmals auf Reiseflughöhe und dem Endanflug bei Ihnen melden. Vielen Dank. Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen an Bord des TUI Fly Flights 1720 von Dubai nach Hannover. Unsere Flugzeitzeit ist heute ein Boeing 737-800. Unsere Flugzeitzeit ist heute 6 Stunden und 20 Minuten. Wir sind in Hannover. Verdammt! Scheiße! Ladebildschirm! Du hast es nicht geschafft? Nein. Ich muss den zweiten nebenüber, Taxiway. Eilig! Ja, warte. Also warte, das muss ich nochmal machen. Ja, mach mal. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen an Bord des TUI Fly Fluges 1720 von Dubai nach Hannover. Heute fliegen Sie mit einer Boeing 737-800. Unsere voraussichtliche Flugzeit beträgt 6 Stunden und 20 Minuten. Das Wetter am Ankunftsort in Hannover ist sonnig bei bis zu 5 Grad. Ich hoffe, dass Sie einen angenehmen Aufenthalt an Bord haben werden. Ich werde mich dann nachher nochmal auf Reiseflüge und dem Endlandflug bei Ihnen melden. Vielen Dank. Englisch mache ich auf dem Taxiway. Nein! Oh Mann! Nein! Nein!